Hallo Freunde, schön, dass ihr reinguckt. Ich habe gerade schöne Nachrichten gehört. Der Lokoschenko, Weißrussland, Belarus, die bekommen jetzt EU-Sanktionen, weil sie die demokratische Bewegung verhindern. Ja, gut, er hat zwar mindestens, also selbst wenn Wahlbetrug dabei war, statt 80%, 60%, damit immer noch demokratisch gewählt. Und gut, wir haben in Deutschland auch antidemokratische Züge in der Regierung und die demokratische Freiheitsbewegung wird in Deutschland auch behindert und eingeschränkt. Und das sind die guten Nachrichten, demnächst dann auch Sanktionen für Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, aus der EU raus. Ach, Moment mal. Nein, nein, natürlich nicht, weil Demokratie in Weißrussland, dafür gibt es Sanktionen. Demokratie in Europa, Unterdrückung, ja man könnte sagen, diktatorische Züge, also ganze Zugladungen. Man könnte eigentlich sagen, also eigentlich die gesamten Zugstrecken sind komplett diktatorisch. Aber egal, für Europa, also Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich und so weiter gilt das nicht. Aber für Weißrussland. Auch wenn die nur da 2.000, 3.000 Leute mal auf die Straße gehen, weil sie von amerikanischen und europäischen NGOs bezahlt werden dafür, dass sie auf die Straße gehen, weil sie denken, dass es bei ihnen schlechter ist als bei uns. Aber wenn man sich die Zahlen mal anguckt und Schulbildung, Straßenzustände, Krankenhausversorgung. Übrigens, die haben kein Corona. Also Corona gibt es bei denen quasi nicht. Könnt ihr mal reingucken bei Billy Six. Ja gut, aber trotzdem, man muss ja irgendwie in irgendeiner Weise demonstrieren, dass wir demokratischer sind. Gut, aber eigentlich zeigt es, dass wir eher diktatorischer sind. Aber hey, egal. Es spielt keine Rolle. Das sind die Bösen. Wir haben beschlossen, die Medien und die Regierungen in Europa haben beschlossen, Weißrussland ist böse, Europa ist gut und damit ist es eindeutig, Europa ist gut. Übrigens, also nur mal so, damals zwischen 1933 und 1945, da haben die Deutschen auch gesagt, sie sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Das war ja auch quasi die gleiche Region, die heute Europa einfasst. Das ist interessant, ne? Ja, außer die Ukraine. Ukraine ist damals auch noch mit im Gebiet gewesen. Aber da sind wir ja dran, ne? Da sind wir auch dran, dass bei denen auch bald alles so ist wie bei uns, ne? Also Diktatur, äh, Demokratie. Also so ähnlich wie in der DDR. Wobei in der DDR sagen jetzt die DDR-Bürger, äh, war es besser. Gab es mehr Freiheiten, ja? Ja, da durfte man raus, da durfte man, äh, schon, also man hat untereinander geredet, man durfte sich besuchen, man durfte zumindest im Land reisen. Ja, du durftest zwar nicht außerhalb der DDR reisen, aber du durftest wenigstens im Land reisen und durftest im Land Urlaub machen. Das ist ja jetzt auch alles verboten, ne? Und, ähm, Ausgangssperre, ja, und, und, Zwangsmaßnahmen. Das gab es alles jetzt in der DDR nicht. Ja, in dem Umfang. Gut, verpfiffen hat man sich auch gegenseitig, aber damals war es nicht ganz so schlimm, ja? Äh, sagen viele DDR, ehemalige DDR-Bürger, ja? Aber hey, wir sind in einer, wir haben beschlossen, wir sind demokratische EU, in der eine, ähm, EU quasi regiert, die zwar nicht demokratisch gewählt worden ist, aber das spielt überhaupt gar keine Rolle, ja? Weißrussland ist böse, wir sind die Guten und das ist gut so, das ist richtig so. Und so soll es bleiben, ja? Die nächsten tausend Jahre, hat die Merkel gesagt, will sie auch weiterhin Kanzlerin sein, ne? Sagen jetzt böse vor, böse Zungen sagen das. Ich sag das nicht, ich bin ja ansteckend, ich bin ja absolut politisch korrekt. Ich sag mal so, ne? Merkel? Ne? Früher hieß es, hat man insgesamt im, ähm, ähm, vor 33 auch, gab es auch schon, wissen die wenigsten, ne? Bismarck, Heil Bismarck. Heute sagt man einfach Heil Merkel und Heil Söder und, und all so, ne? Ähm, übrigens, die Nazis waren links. Das waren Linke, Rote, ne? Deswegen haben die auch diese rote Fahne. Sozialismus, Nationalsozialismus. Ja, wir sind auch die wenigsten. Muss man immer wieder mal betonen, ne? Für die Neuen, die dabei sind. So, wenn dir das gefallen hat, was ich hier erzähle, dann, dann lass mir einen Daumen nach oben. Abonnieren, liken, teilen und kommentieren. Was sagst du dazu? Sind wir noch demokratisch? Oder, was heißt, also wir sind natürlich demokratisch, Aber, aber, sind die anderen demokratisch? Oder, oder wie ist das? Übrigens, also nur mal so interessanter, äh, interessantes Nebending, weil, weil wir gerade von Demokratie und Wahlen und so, ne? Ähm, ähm, in, in, in Russland, ne? Da ist es so, dass du, dass die Webcams haben, dass du in jedem, in jedem Ort, wo Wahlstimmen abgegeben werden und auch gezählt werden, da gibt es eine Webcam. Ähm, da kannst du genau gucken und nachverfolgen im Internet, was die tun. Also, wenn du da siehst, auch da, da bescheißt eine, da tut einer Zettel wegschmeißen, wie das jetzt angeblich in den USA, was natürlich nicht stimmt, äh, passiert ist, ähm, dann, äh, sieht das alle, sehen das alle. Deswegen, ähm, ist Russland auch so undemokratisch, ja? Ja, weil die so offen das machen, ganz böse, ganz schlimm, ja? Aber, hey, Demokratie, bis die Tage, ich komm wieder, keine Frage, euer Dieter, macht's gut und, und, wie gesagt, abonnieren, liken, teilen und kommentieren. Du hast noch nicht geliked? Ich hab's genau gesehen. Liken, Daumen nach oben. Dank dafür.